So. Hi Malika. Hi Frank. Ich mache euch mal jetzt meine Tour. Also die Kamera ist halt so groß, dass man gar nichts sieht. Also kaum was sieht. Also als wenn ich jetzt hier im Spiegel bin. Hier ist so ein Handtuchwärmer. Das ist vermutlich ein Boiler für warmes Wasser. Ein Abzug, der ist immer an wenn das Licht an ist. Da ist Klo. Ein Bademantel. Ein Duschvorleger von Ikea. Dusche. Da ist hier so die Tür. Äh, warte mal. Da ist die Tür. Und da ist dann so mein Zeug. Kann ich gucken. Also großartig ist es nicht. Wie man sieht. Aber es passt. Ähm. Da ist der Kühlschrank. Schon ein bisschen was drin. Toaster und natürlich das wichtigste Gerät in der ganzen Wohnung. Die Kaffeemaschine. Ohne geht es ja nicht. Kaffee ist ja... Ich sage ja immer Kaffee und LSD sind die Grundnahrungsmittel. Ganz viel zu essen. Freut mich nicht warum meine Mutter so viel von den Linsen eingepackt hat. Ähm. Ja. Ja. Da dann... Äh. Ein paar Schuhe. So mein Bett. Und meine Sachen noch. Da hocke ich dann da. Da ist so mein... Da ist... Da ist mein Rentier. Ein bisschen Finnland. Peura. Auf Finnisch. Da ist ein Laptop. Ein paar CDs. Bis. Ja. Und das war es eigentlich bis jetzt. Man sieht sich. In einem nächsten Video oder so. Bye.